Osnabrück hat 56 Punkte und die haben 50 Punkte. Das ist Realität. Das kann man jeden Tag nachlesen, zumindest bis Samstag. Und wir haben eine große Chance gegen eine andere Mannschaft, die im oberen Tabellendrittel ist, uns weiter zu distanzieren, wenn wir das Spiel gewinnen können. Und wir sind in der Lage, dieses Spiel zu gewinnen, weil wir sind die beste Auswärtsmannschaft. Die ist man nicht nur in einem Spiel, sondern die sind wir seit mehreren Wochen, weil wir auswärts sehr dominant auftreten, sehr überzeugt auftreten und schon viele wichtige Spiele gewonnen haben, die sicherlich auch das Potenzial und die Qualität haben von dem Gegner, wo wir am Samstag gegenspielen und von daher sind wir sehr zuversichtlich.